Wir stehen für die Werte, die dieses Deutschland hat, für die Freiheit, für die Demokratie, die sie jede Woche im Deutschen Bundestag infrage stellt. Dann müssen Sie die Grenzen schützen, das gehört zum Rechtsstaat dazu, das tun Sie nicht, Sie haben das aufgelöst. Herr Baumann, Sie wollten doch immer ausreden, Sie können sich ja nicht mehr ordentlich benehmen. Ich benehme Sie, Sie reden auch dazu. Wir sind für Freiheit, für Demokratie auf die Straße gegangen, für ein offenes Land, dass eine Mehrheit in diesem Land für Freiheit und für Demokratie steht. Und dass eine Mehrheit in diesem Land übrigens nach wie vor findet, dass wir eine humanitäre Flüchtlingspolitik wollen und dass wir sie auch durchführen werden. Und das werden wir Ihnen zeigen. Rassist in Deutschland bedeutet der größte Völkermord der Geschichte, Millionen Toten. Niemand von uns will irgendjemanden umbringen, Millionen Tote. Sie haben völlig, Sie haben völlig, Sie haben völlig, die Skalierung haben Sie völlig außer Acht gelassen. Rassismus ist ein Vorwurf in Deutschland mit Holocaust. Keine demokratische Partei in Deutschland will irgendwas damit zu tun haben. Was hat Herr Höcke gesagt? Was hat Herr Höcke gesagt?